Der Polizist kommt früher als gewöhnlich vom Nachtdienst nach Hause. Die Ehefrau hat keine Zeit mehr, ihren Liebhaber zu verstecken und ruft, bitte mach kein Licht, ich habe so entsetzliche Kopfschmerzen. Rücksichtsvoll zieht er sich im Dunkeln aus. Gerade als er ins Bett steigen will, wimmert sie, bitte geh doch noch zur Apotheke und hol mir ein paar Schmerztabletten. Der Polizist zieht sich im Dunkeln wieder an und läuft zur Apotheke. Warum starren Sie mich so an, fragt er den Apotheker, als der Ihe ihm die Tabletten gibt. Kennen Sie mich nicht mehr? Natürlich kenne ich Sie, sagt der Apotheker, Sie sind doch der Polizist Lutzner. Na also, warum sehen Sie mich dann so merkwürdig prüfend an? Ich frage mich ja nur, erwidert der Apotheke bedächtig, warum ein Polizist in der Uniform eines Briefträgers rumläuft. Applaus